ja er hat mir zurück zu der wischen zur störung das war von hands mit dem fang immer grösser ich schicke mein freund los so 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 So, wo kommt sie jetzt? Ich hab keine Ansage noch. Ist auch nicht, aber ich fühse. Ah, jetzt. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Ah, da war noch einer. Easy cheesy. Warnung, Feindkraft näher an sich. Alarm, Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Oh. Eine Elite ist aber auch. Böse Böse Schläger. Ja, ist wahrscheinlich. Kein böse Böse Schläger mehr. Na komm, fahr zum Elite. Fahr zum Elite. Oh. 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 Das ist ich jetzt knapp ausgang. Bis zu deppes. Danke für die Hilfe Agent. Ab hier übernehmen wir. Gut, dann ab zur nächsten. Was entdeckt. Oh. Zentrale an Patrouille. Wir haben Medizingüter in einem Park an der 25. Wester Orbit. Wir brauchen Hilfe bei der Bergung. Wir brauchen Hilfe von der Bergung. Kommt aber keiner irgendwie. Eins hab ich. Okay, ich hab jetzt ein zweiter. Oh, ich hab jetzt wieder. Okay. Das so ein Klitsch ist, dass da auf einmal keine Feine mehr kommen? Nein. Kann sein. Kann sein. Aber... Heiler! Dann ab zur nächsten. Dann ab zur nächsten. Zum Nebenentsatz. Ah, vielleicht hängen die wieder in der Tür drin. Ja, jetzt können wir uns hier. Oh. 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 Naum löst sie nicht aus. Hölle! So, das so. Tachan. Danke. Wir bringen die Medikamente zu nehmen, die sie brauchen. Aber jetzt da. Agent, wir haben Meldungen über ein paar randalierende Rikers. Kopfgeld. Na dann holen wir uns. Jetzt wollte ich mir einer geben. Hm. Woah. Woah. Danke. ok vorsicht oh jetzt muss ich gut machbar so schön auf die mission kann ich mich auch noch rennen mit den bussen ich auch nicht jetzt habe ich mir das selber kaut zum wiederbeleben sehr gut ich habe das schmissen, da bin ich draufgegangen sehr schön ups fail was ging denn dir gerend? ich bin wohl auch gerend gut ok, das wird sehr fecht oh 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 ja oh 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 ich bin Boah. Er passt auf mich. Ich hab kein guter Schuhsfeld. Nein, noch nicht. So, auf zum nächsten, ne? Das kann ich jetzt auswählen. Es gibt noch mehr Meldungen, dass die rikers Menschen als Geiseln ein. Aber seien Sie vorsichtig. Achso. Na vorhin kann ich das nicht einmal auswählen. Achso, ok. Aber vielleicht ab Stufe 15 kommt man rein, oder? Was meinst du auf Stufe 15? Also plötzlich sind wir. So. Tolle. Ja, ich freu mich auch, dass es zum zweiten Teil eine Beta geben wird. Ich frage jetzt nur, wann die ist. Ich habe nichts, was Sie wollen. Bis jetzt wurde ja nur angekündigt, dass es für Vorbesteller eine Beta geben wird. Ich stehe ja nicht einmal noch bei unserem Händler des Vertrauens was dort. So, den Bahnhof vertreten. Ohne hier Werbung machen zu wollen. Weil wir bestellen unsere Spiele gerne bei einem Innsbrucker. Das ist irgendwie alles verkehrt. Das ist irgendwie alles verkehrt. So, fuck den Popo. Oh. Oh. Begrüßt man so seine Freunde? Ja, ich begrüsse so meine Freunde. So, der ist weg. Ich muss mir das mit den Deckung zu Deckung mehr angewöhnen. Ja, das ist echt lässig aber. Weil da kannst du gleich reinsliden. Quasi. Ja und da geht auch. Schau, die kommen schneller. Sehr schön. Kanate. Oh, Kanate. Einen Beschuss. Oh, neben mir. Lebst du noch? Ja, ja. Ich hab nicht gewusst, dass du so weit nach hinten gegangen bist. Oh, sorry. Ich dachte, du bist rechts in mir. Nein, es sind mir zu viele geworden. Darum habe ich mich ein bisschen mehr zurückgezogen. Du musst mir ja sagen, dass ich rechts auch aufpassen muss. Du musst rechts auch aufpassen. Sniper. Oh, Sniper. Zwar Sniper. Ich weiß schon, ob mein Freund so weit drauf reicht. Ja, er schickt ihn drauf zum Sniper. Go, 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 go. Fuck. Hättest du noch mit der Fähigkeitsstärke? Das ist auch geil. Wenn, was? Die Fähigkeitsstärke bei der Hörer. Ja. Das ist aber ein geiles Feature auch zum Ablenken. Nämlich. Weil der ist jetzt aus der Deckung rausgelaufen. Oh. Oh. Scheiße. Das ist nicht gut. Was? So. Habe ihn. Da habe ich hier dann fast eingegreist. Um 100. Munition anfüllen. Das ist gut. Hallo. Alter. Endlich auf. Vielen Dank. Das war ich eben gerettet. Ja, Alter. Agent, ich muss Ihnen nicht mehr sagen, wie großartig Sie sind. Aber solange wir hier noch in Funkverbindung stehen, muss ich es einfach loswerden. Geil. Sie sind mein großes Vorbild. Und sein Mode und Lifestyle. Vielleicht treffen wir uns mal, wenn der Sniper. Da sind wir doch noch so viel auseinander. Machen wir den Kampf noch? Ja. War da nicht gerade ein Seilwurm zum Hoch? Ah ja, aber. Wenn ich wüsste, wo man das sieht, wie weit, dann kann ich dir das auch gleich sagen. Aber ich weiß das wirklich nicht. Da. 20.000 Punkte habe ich jetzt. Um 16. Nein. Wo siehst du das? Du rufst ja früh an. Wenn du. Also hör mal. Auf. Inventar. Wir müssen raus aus der Stadt. Wir müssen raus aus der Stadt. Und Charakter gehst. Wovon redest du überhaupt? Kannst du eine Tasche packen? Die kleine grüne nur. Das ist das nötigste. Nicht zu schwer. Waffenschaden 636. Baby, was ist denn los? Stufe 16. 7386 Punkte. Okay, ich packe die Tasche. Ich habe extra Tötungsep. 4%. Zum Beispiel auch noch. Und ich bin schon beim Kampf. Oh. So. Oh. Hm. Was sind denn alle drüben? Oh. So. Kuss auf. So. Teile ich das einmal down. Da ist da oben der Schlüssel. Hallo. Wir schicken Begleitschutz um die Leute nach Hause zu bringen. So. Das war's jetzt mit der Folge. Und wir sehen uns in der nächsten. Bis dann. Haut rein. Hau rein. Darf ich es auch immer sagen. Ciao. Ciao.